Hola, hola! Soy Tomás, dein Lieblingsspanischlehrer und ich will euch etwas mitteilen. Ich bin schon wieder gespannt. Meine Spanisch-Online-Kurse von 0 auf 100 in Spanisch sind zur Anmelde verfügbar. Ich habe 6 Kurse für euch, von 0 auf 100 in Spanisch. A1, A2, B1 kompakt, B1 superior pro, B2 kompacto, Spanisch für den Urlaub. Also wenn du lieber Spanisch für deinen Urlaub übel möchtest, habe ich das auch. Und das neue B2 Modul ist sogar live! Die Links mit den Infos sind unten in der Videobeschreibung bzw. im Bildschirm und am Ende dieses Videos. Wie funktionieren die Kurse? Das sage ich dir gleich. Ok, genau. Also, so sieht der Kurs aus. Zum Beispiel, ich bin in A1 Modul, in der vierten Lektion will ich... Ah, ok. Genau, zum Beispiel, das ist die vierte Lektion. Es gibt eine Präsentation, also die Präsentation als PDF könnt ihr herunterladen, zum Beispiel hier. Also ich mache immer diese schöne Präsentation für alle Lektionen. Um das zu erklären, ja. Und wie ihr hier sehen könnt, ist... Moment... Zum Beispiel, es gibt von Null, ja. Wir lernen durch Spanisch eine kleine Einführung und dann die erste Lektion, die ersten Schritte, sich vorstellen, sich begrüßen, das Alphabet, die Aussprache, Artikel, Plural. Es gibt Übungen, wie wir hier machen. Ich mache etwas, das anders ist als die Masterclass. Ich mache mehr... Normalerweise zwei Dialogs oder etwas zu lesen. Das machen wir ein bisschen mehr bei dem Kurs als bei der Masterclass. Aber auch so in der Richtung. Ja. Genau. Und hier fangen wir mit den regelmäßigen Verben. Also es ist alles so. Du kannst auch deinen Fortschritt ziehen und ganz strukturiert in der richtigen Reihenfolge die Lektionen nehmen. Und zum Beispiel, ich bin bei der vierten Lektion. Und zum Beispiel bei der dritten habe ich mit Ser und Star angefangen. Und dann hier erkläre ich Adjektive. Genau. Man sieht ein Video, zum Beispiel... Zum Beispiel Serie Star. Ich fange mit Ser an. Das ist die dritte Lektion. Da sieht man ein Video. Genau. Das bin ich. So ein bisschen komisch, mich zu hören. Genau. Dann erkläre ich das. Das erkläre ich tiefer. Also diese wichtigsten Themen mit Ser und Star. Da machen wir eine Übung gemeinsam. Genau. Und wir machen auch sowas. Und ich versuche auch, dass euch parallel viel Vokabel lernt. Und ich mache solche Übungen. Einen Moment. Wie diese Übungen. Um Sachen zu nennen. Wir lernen auch... Also ich mache Sachen parallel beizubringen. Zum Beispiel, wir lernen die Adjektive. Aber gleichzeitig können wir zum Beispiel Normen für Sachen für die Schule lernen. Das mache ich auch gern. Und ja, wie gesagt. Hier könnt ihr sehen. Hier sind alle Lektionen. Also da unten ist der Kommentarbereich. Da kann man fragen. Hey Thomas, bei dieser Übung Nummer 8 sollte das nicht so sein? Und sowas. Dann beantworte ich ganz gern. Ich freue mich auf die Fragen in den Kommentaren. Genau. Ihr seht hier. Es gibt 19 Lektionen momentan. Weil ich die letzte Lektion hatte ich gestern. Und ich bearbeite die Kapitel noch. Damit alles schön strukturiert ist. Und nicht einfach das Video so hochladen. Also ab morgen oder ab heute Abend. Heute nach dem Unterricht. Wird die 20 Lektion hier zur Verfügung sein. Und die Masterclass. Diese Masterclass. Könnt ihr auch später nachschauen. Wenn ihr kurz im Kurs seid. Aber so sieht der Kurs aus. Und zum Beispiel auch das auf Englisch. Aber dann kann man vorher auch hier gehen. Das war die Prezi. Komplett da. Komplett. Da die nächste. Kann man sagen. Ja. Und so kann man das machen. Die Anmeldung ist nur für kürze Zeit. Also beeile dich und melde dich an. Registrate. Die Links mit allen Infos sind im Bildschirm. Beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Es wird es tolle por hoy. Muchas gracias. Adios.